Warum hast du dich, warum habt ihr euch entschieden dieses Jahr wieder auf die FAFKA zu kommen und wie ist denn der Eindruck bisher so bei euch am Stand? Ja, also als Tiroler Unternehmen nicht auf die FAFKA zu gehen, kommt von uns eigentlich gar nicht in Frage, weil es doch die Repräsentation ist für produzierende Betriebe in Tirol, die was mit dem Tourismus gemeinsam arbeiten. Ja, also wir sind dieses Jahr mal in einer relativ großen Ausführung da, normalerweise immer klein bei der Barista-Szene eingemietet, dieses Jahr haben wir uns getraut ein bisschen größer zu werden und muss sagen, sehr positives Feedback, vor allem viel Feedback für die Wiederauferstehung von Unterberger Café, die hat ja letztes Jahr ein bisschen einen Dämpfer erlitten, ist jetzt quasi bei uns in der Unternehmensgruppe mit drinnen und ja, wir führen Traditionen weiter und somit auch die 255-jährige Tradition von Unterberger Café und auch die Kombination seit Anfang an bei der Messe dabei zu sein. Und das Publikum hat bisher angesprochen auf euren Auftritt hier? Soweit wir jetzt von unserer Seite her sagen können, ja schon, wobei sich natürlich nach der Messe dann herausstellt, wie das Publikum dann tatsächlicherweise die Messe aufgenommen hat und nach einer Nacht drüber schlafen dann verdaut hat. Okay, was sind das für Leute, die zu euch kommen? Sind das Gastronomen, Entscheider? Ganz unterschiedlich von privaten kleinen Caféhäusern bis zu großen Betrieben haben wir alles am Stand gehabt, aber was für uns wichtig ist, am Stand sehr positives Feedback auf Auftritt und Qualität, die wir bieten. Nachdem wir uns hauptsächlich über die Qualität präsentieren und über die Qualität wachsen und uns quasi repräsentieren, ist das natürlich der beste Zuspruch, den man haben kann. Qualität passt ja zu Fafka, Motto ist ja Qualität vor Quantität. Glaubst du, dass die Fafka auch nächstes Jahr weiterhin natürlich Zukunft hat als Branchenplattform und dass ihr wieder mit dabei seid? Superieur passt natürlich zusammen mit High Quality, die wir natürlich leben. Wir sind auf jeden Fall wieder dabei und vor allem durch die Nähe vom Brennpunkt zur Messe hin machen wir jede andere Veranstaltung mit, wo es einen guten Kaffee braucht. Perfekt, danke schön.